So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich habe jetzt wieder unsinnige Male geschlafen und habe bei 100% die Aktien verkauft und haben jetzt 330 Millionen. Und wir werden, soweit ich das gesehen habe, die letzte Lester-Mission in Eingriff nehmen und müssen dafür wieder vorher in eine Aktie investieren, Finanzmodiste, wenn man das halt nicht weiß. Obwohl, ich sage mal so, wenn man den noch nicht getötet hat, wird ja hoffentlich Lester-Sager. Ah ja, übrigens, investiert man die Aktie. Wir müssen nämlich in die Gold Coast Development investieren. GCD. Genau. Gold Coast Development, genau. Kaufen wir den gesamten Geld aus GTA 5 Aktien von Gold Coast. Okay, kaufen. Wie gesagt, ich habe vorher nochmal gespeichert. Aber da müssen wir, wie gesagt, reiteriert wirklich genügend Geld haben. Wie gesagt, es ärgert mich, dass ich nicht mehr weiß, wie viel ich die 300% Aktie, also wieder ein Gewinn von 300% hat, wie ich die verkauft habe. Aber das ärgert mich wirklich. Ach da, Trevor wieder. Das ist schon bei den niedlich, ne? Wenn er nicht so verrückt wäre. Ich hoffe, ich war jetzt hier nicht irgendwie angefahren. Das wäre sehr doof. Oh. So, jetzt. Darf ich mal mit dem Roller fahren hier? Das ist ja mutig, ne? Ja, das war auch sehr mutig. Ich warte ja nur drauf. Ich habe Angst. Aber, oh, 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 ja. Ja, ja, oh, ja, ja, ja. Okay, gut. Na, aber die KI, die lernen, ne? Guck mal, wir haben hier einen Transporter. Der LKW ist auch auf meiner Seite. Mal gucken, wie das jetzt hier wird. Mal gucken. Ui. Das ist weit Fuß. Das ist weit. Okay. Ja, hallo. Oh, Gott, Alter. Leben am Limit. Jetzt kommt noch ein LKW. Also, wir gehen gleich zu Michael. Ja, wie denn? Entscheid dich bitte mal. Entscheid dich bitte mal wirklich. Guck mal, den haben wir noch. Den nehmen wir noch kurz mit. Ja, okay. Gut. Man, das wäre schon ein bisschen lustig gewesen, wenn der uns irgendjemand angefahren hätte. Nicht, dass ich so sensationsgeil wäre. Um Gottes Willen. Warte mal. Mal gucken. Ach, der ist auch fünf Meter weiter gekommen. Sehr schön, Michael. Das gefällt mir. Prison Bitches. Oh ja, das möchte ich auch gerne. Wird ich da gerade verhaftet oder passiert gerade was anderes mit ihr? Ich frage für einen Freund, der sich den Film angucken möchte, eventuell. So, kaufen. Und ihr müsst ja, glaube ich, 60 Prozent dann haben nach Abschluss der Mission. Oder wenn ich 330 Millionen auf dem Konto hätte. Ach, würde ich im Arbeiten gehen. Ich würde YouTube weiter machen, aber ich glaube, oder vielleicht so auf vier Stunden Basis, ja. Ist das ein Typ oder eine Frau? Break out before they break you in. MeTV. Okay, warte mal. Was ist das? Serious Sugar Riesel. Riesel News? Ich habe Riesel News. Okay. Hi, girl. Nein, ich wollte zum Franklin. Oh, der ist bestimmt mit seinem Roller immer noch auf der Autobahn, oder? Ja, ein bisschen ist es gekommen, Trevor. Guck mal. Wie entspannt er fährt, ne? Als könnte er kein Wässerchen trinken. Ne? Als wäre ein ganz normaler Mensch. So, Franklin. Dann wollen wir mal so einen guten Lester uns begeben. Ja, genau hier. Moment. Habe ich ja. Okay, ich habe ihn ausgewählt. Warte mal. Moment. Warte mal. Moment. Ich will kurz was gucken. Verdammt, wie kann ich denn hier nochmal? Moment. Ich konnte doch anrufen. Wie ging denn das? Das war der Cheat. Wie konnte ich denn hier in GTA 5 Anrufe tätigen? Okay. Äh. Oh. Ja. Nee, nein. G, H, J, K, L, O, R, 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 R. Könntest du irgendwie anrufen? Mann, wo war denn das jetzt? Warte mal. Ich muss mal kurz googeln. Warte mal, man geht hier auf 5. Äh. Nummer. Nummer. Wählen. Computer. Ach, wenn es gute Frage nicht geben würde, ne? Geh in die Kontaktliste. Ah. Okay, die Leertaste, Mausrad. Ah, ja, ja. So war das. Warte mal. Was hattest du? Eins. Ach so. Kann ich so? Vier. Nein. Ah. Ah. Du musst wieder von vorne. Ist das sinnlos? Ah. 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 schon einfach aufgelegt dann nimm mein geld halt nicht kein problem eigentlich müssen ja also eigentlich war das zum verkauf na voll unfair was soll denn das bin ich richtig salty gerade halt auch eine entspannte musik habe ich das übersprungt kann die marsch wenn du musik also mein geschmack wir springen Nee, guck mal. Wir nehmen das halt. Ja, ja, ich bin schon, der ist da, ja, ja. Mhm, okay. Krieg mal hin, this is easy peasy, squeezy meezy. Ja. Oh. Jetzt ab geht die Party. Pssst. Warte mal, wir gucken noch mal kurz beim Waffengeschäft vorbei, ich weiß nämlich nicht, Hammer. Ich muss noch mal gucken. Oh! Ah! Warte mal, hab ich hier scha... Doch, ich hab hier... Was ist das Zielrohr? Warte mal, muss ich mal kurz gucken. Excuse me, warte mal. Natürlich. Ach so? Ach so? Ach so, ja. Ah, fuck! Ah! Das ist nicht wirklich Hip-Hop. Nein, nein, natürlich nicht. Okay. Dann gehen wir mit dem rein, was wir haben. Jugendfreulich gehen wir in die Baustelle hinein. Ach man, fuck. Oh, 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 oh. Okay. Dann hab ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, ich hätte das hier noch. Naja, gut. Gut. Dann halt nicht. açãob �arsch 10 v. Auf geht's. Oh, you gotta run-fen! Oh, okay... Oh, okay. Noo! Oh, oh, oh. There's a ben Precisierte. Calm down? There's a fucking prize on me, and you're telling me to calm down?! I'm going to stay near the Chopper! You dumb fucks do your job! I'll stay near the Chopper! That's so which amount of time you very abruptly res, be sure I'm gonna use this. Ich hatte die Frage. Was? Oh mein Gott, da hat jemand geschossen. Ich war es auf jeden Fall nicht. Überhaupt nicht. Ah, die haben alle die Quilchenschuhe an. Frage, wie komme ich aufs Dach? Ist hier noch jemand? Nee, ich muss noch gucken, wie ich aufs Dach komme. Ich meine, wir waren hier schon mal. Was sieht denn das hier aus? Warten wir mal. So, nee, halt, stopp. Oh, fuck. Ich habe mich entdeckt, der Junge. Alter, fuck, Mann. Fuck, 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 fuck. Ah. Mann, es ist so gut. Dann hat er irgendwas gemacht. Ach, fuck, Alter. Ja, ich sterbe jetzt. Ich bin jetzt fast tot, ne? Hat er mich gesehen? Boah, Junge. Hallo, tu doch mal hier. Muss ja oben irgendwo sein. Oh, fuck, da haben wir zwei auf jeden Fall noch. Ich weiß halt nicht, wo die sind. Da. Wo? Was sind die? Wir sehen nicht, aber ich sehe was Rotes. So, warte. Oh, fuck. Und du bist der? Ist er jetzt tot oder ist er nicht tot? Wer ist noch da? Was ist denn der? Ist er weg. Ah, jetzt musst du nachladen. In Ernst? Das ist weg. Okay, schießen 40. Ach, waren wir so schlecht im Schießen? Eie. Okay, den hatte ich auch mal weg. Krass, wusste ich gar nicht. Wusste gar nicht mehr, falls ich überschießen haben. Ist ja traurig. Ach so. Aktivieren wir den Aufzug? Kann ich mich nicht erst mal ausrüsten? Guck mal, die stehen doch bestimmt gleich hier. Ach so, eigentlich. Ich gucke mich halt. okay i ain't playing here where the fuck is benelli schmeckt gut hier noch jemanden junge das sind fünf kugeln im bauch schon ist er tot immerhin noch jemanden doch den hammer noch so 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 ist er auch schon tot so 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 aktivieren wir den aufzug noch so 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 Fuck, 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 was kommt? Warte. Fuck. So, warte. Oh Gott. Welche Hilfsmittel habe ich denn? Ah, haha. Warte, warte. Kann ich einfach runterspringen jetzt? Ja, ne? Okay. Warte, mal gucken, wo springen wir denn jetzt hier runter? Warte, mal. So. Jetzt landen wir. Ja. Komm, wir landen mal hier. Der Straße. Naja, ging doch. Ich war zwar null vorbereitet. Also ich wollte mich vorbereiten, aber ich hatte kein Geld dafür. Tja, der Endzug Bonnelli ist jetzt weg vom Fenster. Komm schon mit dem Nächster. Waff ja, Boss. Ja, ich weiß. Ich bin richtig gut darin, ne? So, Achtung. Ha, perfekt. Perfekt. Was ist going on, my dude? Es ist take care of, aber man, that shit went south. Ich weiß. Wir werden jetzt nicht mehr schlafen lassen. Way too much heat. Very nice work, Franklin. Bestanden. Mord auf der Baustelle. Oh, 100%. Schön. So, da haben wir jetzt endlich wieder Geld. Und das heißt, ich muss jetzt, wie lange muss ich denn jetzt hier warten? Und natürlich habe ich, ja, das habe ich natürlich jetzt wieder weg. Ähm, GTA 5, Nester Missionen. Warte mal, was hatte ich denn? Ich hatte, glaube ich, die, genau die Seite hatte ich. So. Ähm, genau. Warte etwa einen Tag im Spiel, bis die Aktie ca. 60% teurer ist. Alles klar. Das heißt, wir werden zum Michael rüberspringen, beziehungsweise, warte, wir werden erstmal speichern, ne? Weil das ist ja auch erstmal wichtig. So, 18, 19, 2 machen wir das hier. Genau. Und dann werden wir zum Michael rüberspringen. Und dann werde ich dort ein bisschen schlafen. Und dann, ja, können wir rein theoretisch. Ups. Hey Baby, du schaust ein Date? Nein, danke, gaule. Ich bin jetzt glücklich verabredet. Was für ein schöner roter Rock. Passt perfekt zu den anderen roten Schuhen. Ähm. Ja, dann würde ich dann einfach mal die Immobilien kaufen gehen. Und dann, ja, würde ich sagen, sie muss dann in der nächsten Folge wieder. Und ich bin mal gespannt, ob wir da noch irgendwelche Missionen dazu bekommen. Oder ob wir das einfach nur kaufen. Und dann, ja, haben wir halt eine... Ach, das ist die hier. Ach, das ist die. Ein Glück. Ach, ne, da unten. Warte. Ja, schnell. Wir haben es damals nicht geschafft. Aber wir sind doch gut. Oh, das ist ein schönes Auto. Ach, das ist doch so. Quick. Quick heißt laufen. Laufen. Schnell laufen. Alter. Ich kann die ja nicht abknallen, ne? Oh, fuck. Soll ich die nicht abhängen? Okay... Okay... Mhm... Dein Glück sind wir wirklich verheiratet. Oh, please. I'm such a fat little piggy right now. Ugh, too many french fries. I mean, I mostly just suck on them and spit them into a bucket. But that's still probably, like, a hundred calories. The media love their little Amacy Jonas jokes. All that, she's a skeleton, give that girl a sandwich. Lameness. Whatever. I bet they're all total hippos. When I get home, I'm like totally gonna suck all my personal trainers. Bist du fertig? Okay, cool. Warte, dann muss ich wieder hier rein. This is me. Thanks for saving me from those awful paths. You're such a sweetie. Sorry to bring you all the way up here. Maybe you could get a cat back into town. Oh, fuck. Och, man! Och, man. Okay. Warte, warte, warte. Nein. Ah, das war knapp. Okay. Und Moment. Halt, stopp! Hier steht ein Mann auf der Straße. Warte. Warum nehme ich einfach das Auto? So, ja, genau. Fall. Fall einfach von selbst. Auf dein Gesicht. Boah, fass ich das. Das ist ja richtig. Kann ich eigentlich beim Franklin vorbeischauen? Kann ich hier rein? Franklin? Nein. Also ich könnte hier schon rein, aber wahrscheinlich ist es... Oh, warte mal. Ist das denn auch zu? Guck mal. Nein. Lol. Ah! Das ist ja voll gelohnt, ne? Die Tür abzuschließen. Franklin, wenn hier jeder durch deine Hintertür oder hinter deiner Balkontür sinken kann. Kann ich hier Fernsehen gucken? Boah, was hast du denn für eine Schramme? Boah, das sieht voll gefährlich aus, Michael. Schön! Wo ist denn eigentlich Franklin? Ist der... Ist der auch zu Hause? Nö. Wo ist denn der? Ach, der ist aber noch dort. Wow! Du bist richtig weit gekommen. Meine Güte. Gut, da würde ich sagen, sie muss in der nächsten Folge wieder... Ich werde jetzt einfach mit Franklin... Nee, mit Michael. Ich gehe wieder zu Michael zurück und werde dann zusammen mit Michael nach Hause finden. Und, ähm... Joa. Hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Und wie gesagt, wir werden in der nächsten Folge die Immobilien kaufen. Mal gucken, was uns da erwartet. Vielleicht die eine oder andere Mission. Es wäre zum Beispiel... Es wäre... Ach, verdammt. Ja. Es wäre zumindest cool, wenn dem so wäre. Und dann, ja, hoffe ich, dass euch wie gesagt die heutige Folge gefallen hat. Und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden. Bis dann. Bis dann.